Was war der erste Eindruck? Der erste Eindruck war eigentlich, fremdes Land, fremde Klinik, was kommt auf mich zu? Und ich habe dann den Sprung gewagt und habe die Behandlung bei Tenderfrem begonnen. Dr. Daskalow hat vor nahezu fünf Jahren die Behandlung bei mir begonnen und ich bin nach wie vor mit Dr. Daskalow befreundet, das kann ich von keinem anderen Zahnarzt behaupten. Es hat sich ein fachliches und auch menschliches Verhältnis entwickelt. Es ist eine familiäre Atmosphäre und ich fühle mich hier immer wieder wohl, selbst wenn ich keine Behandlung habe, in dieser glücklichen Situation, die ich ja momentan jetzt bin, bin ich immer bereit, einen Besuch in der Tenderfrem abzustatten, weil ich da eigentlich nur Freunde habe. Das war die Behandlung bei mir. Vielen Dank.